Hochschule Konstanz präsentiert unspannend? Du interessierst dich für Technik und Wirtschaft? Dann haben wir hier einen Vorschlag für dich. Wie wär's denn mit IWI? Hmm, das klingt schon mal ganz interessant, oder? Ich erkläre dir gerne, worum es in diesem Studiengang geht. I steht für international. Der Studiengang hat einen starken internationalen Fokus. Im Studiengang IWI wirst du optimal auf den späteren internationalen Austausch und die Zusammenarbeit vorbereitet. Du erlebst wissenschaftliche, praxisnahe Projektarbeit und erlernst das souveräne Mitarbeiten in global agierenden Unternehmen. Erweitere deinen Horizont, knüpfe internationale Kontakte, erlebe neue Länder und Kulturen und lerne neue Sprachen. In deinem Studium ist ein Auslandsaufenthalt integriert. Selbstverständlich kannst du das Ziel selbst wählen. Angefangen von Europa über die Vereinigten Staaten bis hin zu Lateinamerika und schlussendlich nach Asien. Aber wofür steht das W? Das W steht für Wirtschaft. Erfahre, wie sich die Ressourcen Geld und Arbeitskraft möglichst optimal einsetzen lassen. Erlerne Kompetenzen für die spätere Tätigkeit als Führungskraft oder um selbst ein eigenes Unternehmen zu gründen. Aha, und wofür steht das andere I? Das I steht für Ingenieur. Strom kommt nicht einfach aus der Steckdose. Erfahre, wie die Welt nachhaltiger gestaltet werden kann. Du erhältst einen Einblick in die verschiedenen Aspekte von Produktionsprozessen. Du lernst Probleme zu erkennen und industrielle Abläufe zu optimieren. Du erfährst, wie neueste Technologien wie künstliche Intelligenz funktionieren und miteinander interagieren. Du lernst verschiedene Programmiersprachen kennen, mit denen du deine eigenen Programme schreiben kannst. Nach dem Studium wirst du ein internationaler Wirtschaftsingenieur sein. Internationalisierung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sind für dich keine Fremdworte mehr und ermöglichen dir eine Vielzahl von Karrieremöglichkeiten. Also, worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt! Wir freuen uns schon auf dich!